Mit der Premium-Version der EZ Mobile Security, die auch Nutzer der EZ Internet Security und EZ Smart Security Premium nutzen können, verfügen Sie über einen Zahlungsschutz für immobiles Banking und Shopping mit dem Android-Smartphone oder Tablet. Wie Sie dieses Feature richtig einrichten und nutzen, erklären wir Ihnen in diesem Video. Öffnen Sie auf Ihrem Endgerät zunächst die EZ Mobile Security. Auf der Startseite finden Sie neben vielen weiteren Features in der Mitte den Punkt Zahlungsschutz. Klicken Sie zunächst hier drauf. Klicken Sie im nächsten Schritt auf Aktivieren. In einigen Fällen kann es sein, dass Sie noch zusätzliche Berechtigungen für die EZ Mobile Security erteilen müssen. Durch die Aktivierung hat die EZ Mobile Security nun einen sogenannten App Launcher Ihrer Anwendungsliste hinzugefügt. Diese zusätzliche App mit dem Namen Payment Protection bzw. Zahlungsschutz können Sie nun auf Ihren Startbildschirm ziehen, um sie immer griffbereit zu haben. Um zusätzliche Banking-Apps hinzuzufügen, öffnen Sie den Zahlungsschutz und klicken Sie im oberen Rand auf Verwalten und fügen Sie eine weitere App hinzu. Nun ist der Zahlungsschutz bereits vollständig aktiviert. Für ein sicheres Banking und Shopping klicken Sie zukünftig einfach auf das Icon Zahlungsschutz und Ihre Banking-App lässt sich darüber geschützt öffnen. Alternativ können Sie die jeweilige App auch direkt aufrufen. Eine Sicherheitsprüfung durch ESET wird in beiden Fällen durchgeführt.